Du willst dich selbstständig machen und möchtest dich noch besser vorbereiten? Dann lade ich dich ein, die Gründerwoche Deutschland richtig zu nutzen. Und ich zeige dir heute in dem Video, was dich dort erwartet und wie du diese Gründerwoche Deutschland für dich nutzen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Und wir helfen Menschen dabei, ihre unternehmerischen Prozesse und Projekte erfolgreich zu gestalten und betreiben auch diesen YouTube-Kanal für dich. Deshalb lade ich dich gerne ein, wenn du weitere solche Videos erfahren und erhalten möchtest, jetzt den Kanal zu abonnieren. Die Gründerwoche findet einmal im Jahr in über 180 Ländern statt und ist eine geförderte Veranstaltung, die dir helfen soll, entweder ein Team zu erweitern, dich auszutauschen mit anderen, Ideen zu bekommen, die Kompetenzen vielleicht auch zu erlernen, die du brauchst als Gründer. Und vor allem lernst du auch Institute und Initiativen kennen, die dein Projekt fördern, die vielleicht Wettbewerber ausschreiben oder so, wie die X-Grupp dich auch persönlich begleiten. Die Gründerwoche Deutschland ist ein Ableger der GEW. GEW steht für Global Entrepreneurship Week, also die weltweite Woche der Unternehmer, wo da dies werden wollen. In über 40.000 Veranstaltungen in über 180 Ländern nehmen mehrere Millionen Teilnehmer dort an diesen Veranstaltungen teil und das überwiegend kostenlos. In den über 40.000 Vorträgen, Workshops und Wettbewerben soll vor allen Dingen das Klima positiv beeinflusst werden, Menschen ermutigt werden, sich selbstständig zu machen. Die gesamte Kultur soll verändert werden, dass es normal ist, sich selbstständig zu machen. Wenn du also diese Veranstaltung nutzen willst, dann lade ich dich ein, gleich deinen Platz noch heute zu buchen, zum Thema Businessplan, Finanzplan, Fördermittel, Rechtsform, Marketing, Buchhaltung, alles ist dort vertreten. Du hast mehrere Möglichkeiten, dich dort anzumelden, entweder direkt über die gründerwoche.de Webseite oder über unsere Webseite x-goo.de oder über competitive.de. Gerne lade ich dich ein, auch dieses Video zu teilen, damit auch andere die Informationen bekommen und denk dran, den Kanal jetzt zu abonnieren. Und solltest du später noch Hilfe brauchen, deine Projekte, dein Vorhaben umzusetzen, nütze auch gerne unser kostenfreies Erstgespräch für eine erste Vorgründungsberatung. Untertitelung des ZDF, 2020